Die Aperkennung des Ruhegehalts nachvollziehen können. Sag bloß, du kannst... Do you hear the voices in my hand calling for something to know, oh, oh... Und seine Ehefrau, Viktoria Elena Wutkina. Hey, bitte, hilf mir doch! Wer? Theo, look. Sechal für angemessen, unsere Forderung zu verdoppeln. Schnell, sie kommen zurück! Geh steh gut! Ja, geh zurück! Sechal stehen! Ja, sie schießt...